Hallihallo ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Sollte ich diesem Fall sagen Aloha, weil Aloha Vera spielt auch noch eine Rolle. Ja das war ein toller Jock. Naja wie dem auch sei und zwar heute wieder dazu eine Gerüchte Küche Ausgabe Nummer 139 das muss auch noch dazu gesagt werden mit welchen Themen denn zum einen ein neuer Baum ist im Anmarsch für Famarama oder soll ich besser sagen für Bahamarama und auch ein neues Rezept dazu Gut gleich mal rein und zwar dieser neue Baum den soll man dann wie gesagt für Bahamarama wird er wahrscheinlich dann eben hier auch sein und dann soll man dann wohl im Affentempel für goldene Bananen freischaltbar sein also wohl eher nicht per Setzlinge vielleicht auch aber tendenziell wird es wohl eher dann im Affentempel so weit sein den freischaltbar denn dazu sind unter anderem auch schon die XL und XXL Formate aufgetaucht und zwar Moringa Baum so heißt der Baum habe ich hier schon mal mich getäuscht und gesagt habe Moringa Baum dann habe ich den Missberg gezeigt also jetzt hier das ist wirklich der Moringa Baum dazu auch die Wachstumsstufen hier vom normalen dann eben in XL und auch in XXL Format haben wir eben hier das habe ich auch schon vorher schon Video im Juni gesagt Moringa Baum wird kommen nun soll das auch dann so sein jetzt hier in der Juni und der ja das zum einen Moringa Baum eben also von daher wieder ein paar goldene Bananen da braucht man in letzter Zeit ziemlich viel oder generell ziemlich viel und der soll auch eine entscheidende Rolle spielen dabei was und zwar neues Rezept soll kommen und zwar irgendwie soll es mit Aloe Vera zu tun haben und eben hier mit dem Moringa Baum also möglicherweise braucht man bei diesem Handwerksprodukt so sieht es dann eben auch aus schlicht und ergreifend Aloe Vera plus die Früchte von Moringa Baum und diese soll dann eben auch in Bahama Rama Spa Manager wieder zu finden sein Obse zu ist also hier auch nochmal Aloe Vera weil es ist ja bereits schon seit langer Zeit im Spiel ob so ist wie bei den letzten beiden Rezepten die nur ein Spiel kommen dass man die bei eine Quest erspielen kann oder anders ist im Moment noch nicht bekannt könnte ich mir vielleicht auch gut vorstellen dass der wieder neue Quest kommt wo man vielleicht auch Moringa Moringa dann braucht und eben hier das Rezept also definitiv für Bahama Rama Spa Manager was es genau bringt das Rezept ist mir leider auch noch nicht bekannt gut das hier die Themen was sagt ihr denn dazu also so lange denke ich mal wird es nicht mehr dauern und dann sind die Sachen auch demnächst denke ich mal im Spiel naja man weiß ja nicht demnächst guter Fassersuch schon wieder mit dieser kurzen Gerüchteküche Ausgabe euch ein schönes Wochenende